Sie ist nicht nur die Königin von Spanien, sondern auch eine wahre Fashion Queen. Immer wieder begeistert uns Letizia mit ihren atemberaubenden Looks. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt macht die 47-Jährige mit einem doch eher gewöhnungsbedürftigen Kleidungsstück Schlagzeilen. Gemeinsam mit ihrem Gatten Felipe nimmt die Königin an einem Kongress im südspanischen Sevilla teil. In einem langen schwarzen Rock mit floralen Stickereien, ihre eleganten feuerroten Seidenbluse und farblich passenden High Heels macht die ehemalige Journalistin eine galante Figur. Nur an ihrem Blazer im Cape-Style, den sie sich lässig über die Schultern hängt, scheiden sich die Fashion-Geister. Denn fast wirkt er so, als wäre er an den Seiten zerschnitten. Scheinbar ist sie aber nicht die einzige aus der royalen Szene, die sich gerne in dieser Kombination aus Cape und Blazer kleidet. Auch Herzogin Camilla scheint immer wieder darauf zurückzugreifen. So erst kürzlich bei einer Filmpremiere in Brixton. Na, vielleicht müssen wir uns einfach noch an diesen umfunktionierten Blazer gewöhnen. Outfit hin oder her, Fakt ist, Letizia sieht einfach immer umwerfend aus. Egal in welchem Look.